Die 80er, das Zeitalter der Juppies. Föhnfrisuren beanspruchen Zeit und Raum. Auch an den Schulterpolstern wird nicht gespart. Computer werden kleiner und schneller. Bernina ist vorne mit dabei und gibt dem Nähtrend eine neue Richtung. Mit der ersten vollautomatischen Nähmaschine, der komplett elektronischen Bernina 1130. Zahnräder sind out, Prozessoren und Leiterplatten sind in. Bernina, made to create.